Psst, Nabnot pennt. Und wir gucken nur noch, ob wir schnell was abstauben können. Nix. Gut, dann raus hier. Ist das Fenster offen? Mal gucken, wann er aufwacht von der Kälte. Oh mein Gott, ein Schneemann! Ah, hier sind noch Noten, ich fass es nicht. Noten, oh yeah! Na, 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 werfen wir hier nicht, wenn ich hier um dich rumlufe, ja? Ey geil, Kazooie scheint noch nicht auszurutschen. Mumbo-Schädel habe ich gesehen, aber komm, wir brauchen noch keinen Mumbo-Schädel mehr. Ist doch voll dämlich. Ah, ich weiß, wie die jetzt Noten sind, die sind da. Ah, alles klar, gut, wir haben alles geschafft. Erstmal, ähm, ne? Oh, 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 oh! Geile Sache. So, zack und rein da. Wow, zack und rein da. Mann ey, wow. Los, rein da. Banjo, Banjo! Geht doch. Die letzte Honigwabe. Aua! Schweppen! Oh yeah! Dann sind wir gleich fertig mit dem Winterpart. Wah, schön. Wir müssen bloß noch zum Vogel und die letzten vier Noten holen. Und hier sind sie, ja, ist das schön, ey. Alles richtig gemacht. So. Oh, Mann ey. Wir haben irgendwie ein bisschen Angst, dass ich doch hier runterfalle. Und, yeah. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt. Oh, ihr seid so cool, Alter. Ja, ja. Jetzt haben wir alle Noten des ganzen Spiels, Mann, du Penner. Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Ein fetter Adler. Mit Riesenfüßen. Alter, der hat auch rausgeschissen. Ich verstehe das, nee. Dankeschön. Jetzt muss raus hier. Hier ist arschkalt. So, stopp dich tiefer. Hopp. Und nochmal. So. Wow, rutsch nicht. Rutsch nicht. Wui. So, Benjo, genug gefeiert. Raus hier, Mann, ey. Hier ist es kalt. Wie sauer. Gehen wir mal in die Frühlingswelt. Verwandeln uns in eine Biene. Und holen uns das Puzzleteil. Und dann kommt ja schon das Quiz der alten Oma. Die rätseln wir ins Koma. Ey, yo, jetzt hör mal zu, du grüne Oma. Wie in uns landest du bald im Koma. Ja, den Spruch. Der hat gesessen. Und da kann sie gar nicht so schnell gehen kontern. So. Nicht lang hier rumeiern. Auf zum Mumbo. Na, da, 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 da. So, ich versuche mal hier auf den kleinen Ding anzulanden, weil es schon ähnlich schneller gehen würde. Hopp. Okay. Hopp. So. Mumbo, wir kommen. Mumbo ist ja so cool. Hopp. Und zapp. Aua. Da leidet dieses arme Tier. Wäre doch der Notarzt hier. Egal. Mumbo, verwandeln uns doch mal. Hey. Verwandeln. Ich würde mal schätzen, ich habe jetzt insgesamt vier Mumbo-Schädel nicht eingesammelt. Zwei in der Rusty Bucket Bay, dann hier vielleicht noch zwei. Obwohl, ich würde sagen, ich würde sagen, man kann 30 haben, oder? Am Ende würde ich einfach mal raten. Ja, film mir noch neun Stück. Na, was nie sein muss, muss nie sein, oder? Ich wollte alle Noten, alle Puzzleteile und alle Waben. Da ich alle Noten habe und alle Puzzleteile habe, kann ich noch übelst geil den Bonus am Ende kriegen. Da könnte ich auch schon mal spannend sein. Oh, Mann. Oh, Mann. Du blöde Biene. Lande doch mal. So. Alter, ist die schwer zu kontrollieren. Hüpp. Na, ich kenne die Munde, wenn man so fett ist. So. Die Bestleistung beträgt wieder mal 100 Noten. So, jetzt muss ich wieder oben rauf. Jo, 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 jo. Und, yeah, Alter, sind wir geil, oder was? Ja, ja, wir haben's geschafft, wir haben alle Noten, alle 100 Puzzleteile haben wir. Tja, dann wartet jetzt bloß noch die Hexe auf uns. Open the door. Guckt mich an, ich bin doch ne Biene. So, raus hier. So, dann schaffe ich schon mal die ersten paar Fragen, wa? Mumbo ist gleich aus, die Magie. Na und? Oh, Zauber alle, alle. Was wird eigentlich aus Kazooie, wenn man sich verwandelt? Die bekommt man gar nicht mehr zu Gesicht. Egal, jetzt kommt wieder die geile Quizmucke. Okay, gehen wir auf zu Günther Jauch. Oh mein Gott. Willkommen, Gründhilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt richtig schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Oder wollt ihr einfach nochmal richtig zocken? Mein kleines Küsse ist wunderbar und Todi bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Navabat der Bär. Das Bild wird sicherlich legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt A. Dann wird es nett. Okay, die Hexe hat uns jetzt so zugetextet. Und wir aktivieren erstmal noch den Port. Den letzten. Die Mucke. Okay, wir aktivieren erstmal. Okay, was ist los hier? Im Bubble Lob Scrub. Wat? Die größte Bärenhasser? Ja, Piranhas. Ja. Oh yeah. Nächster. Wenn du kein ganzes Nummer bist, dann sag mir mal, wo das ist hier. Okay, wo ist das hier? Wo ist das? Wo ist das? Achso, okay. Das ist die Pfeife vom Schneemann. Also ist das Freezy Peak. Sag doch. Ich bin zu gut. Oh, da hätte ich mir auch fehlen sollen. Okay. Am Boden, da fehlt ein Buchstabe. Oh nein. Ich glaube, ein Kuh fehlt, oder? Nee. Ein X? Nee. So. Ah. Fuck, Alter. An der Trailer liegt ein Boot. Nächster Name. Ohne Not. Das weiß ich doch nicht. Das ist halt die Hippie. Ah, gut. Hippo wegen dem Nilpferd. Und überlegen. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von diesem... Käpt'n Blubber, Käpt'n Bone, der Hippo-Pirat. Der Hipphopper-Pirat. So, und ich hole mir jetzt den Joker. In Mumusdorf, da steht ein Pfahl. Wie heißt der nochmal? Äh. Juju, Lulu. Der hieß Juju. Oh yeah. Jetzt habe ich zwei Joker. Die werde ich wohl für die Hexen und die Totenkopf-Fragen benutzen. Wenn du kein ganzes Hammer bist, dann sag mal, wo das ist hier. Was ist das? Ah, das ist eine Schildkröte, oder? Ja, das ist die lila Schildkröte. Also ist das ein Blobbel-Gob-Swom. Oh yeah. Die Washi-Bucket-Bey-Tanga. Was findet man unter dem Anger? Äh, einen Quabbel, einen Delfin. Oh yeah. Äh, schaue ich das Spiel noch? Oh, fuck. Oh, wenn ich das schaffe? Obwohl, ich wüsste mit noch, wo alles war. Passen müssen immer zwei, doch die Zeit ist bald vorbei. Oh shit. Äh. Du verpiss dich erstmal. Ach. So. Ha. Oh fuck, 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 fuck. Wuh. Warte mal, war Mumu nicht hier oben? Ja. Okay, 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 okay. Kein großes Ding, keine Dache. Wow, wow, wow. Oh shit. Ah, Kazooie, Kazooie, Kazooie. Hä? Wo ist Kazooie? Oh, da ist Banjo, Banjo. Oh, da ist das scheiße Ei, Mann ey. Okay, aber unsere Auswahl wird immer enger. Wir schaffen das. Wo war denn Kazooie? Da ist das blöde Ding hier. War das hier? Gut. Das ist hier die Feder. Der muss die Feder doch hier sein, oder? Ja, sag ich ja. So, was haben wir hier? Ah, da ist Banjo. Ach, hier, der Makazooie hier. Ja, wusste ich's doch. So, und? Und dann auch. Und tschüss, Mann. Oh, yeah. Alles wieder gemeistert hier. So. Die blöden Hexenfragen, so eine Scheiße. Äh, aber ist egal. Die, Mann, die will ich nicht raten. Die sind blöd. Äh, meine Klamotten, das ist nicht schwer. Worauf hab ich sie wohl her? Ich sag einfach mal, aus der Mülltonne. Hat bisher immer gereicht. Ja, pfff. Oh, fuck, Alter. Leider mal. Es ist wahr, ein echter Herz. Bei welchem Wettbewerb gemein ich den ersten Platz? Keine Ahnung. Miesmacher-Wettbewerb. Oh, yeah. So. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Alles klar? Oh, graus. Meine miese Schwester schwätzt alles heraus. Die haben wir ja auch nicht gequatscht. Okay, bis im nächsten Part. Tschüss.